Wir befinden uns hier in der Küche vom Personalrestaurant der Baloas, wo wir die ganze Woche Dessert vorbereitet haben für Gassencocchi. Wir machen das, um den Leuten, die momentan nicht auf der Sonnenseite stehen, vom Leben eine Bräuung zu bereiten. Das freiwillige Engagement von all den Leuten, die die Gassencocchi tagtäglich unterstützen, damit die Leute in Not jeden Tag Essen bekommen, beeindruckt mich sehr. Und ich freue mich mega, dass wir hier unterstützen dürfen und mit einem Dessert den Leuten ein Lachen auf das Gesicht salbern.